Ganz ehrlich, man findet Eifers noch richtig selten. Ich hab da eigentlich schon ne Vermutung, ob's daran liegt, aber ob's daran liegt, weiß ich dann nicht schon, ne? Ich hab aber ne Vermutung. Ein lila Strahl im Wasser, ne? Ich muss runtertauchen, um ihn zu holen. Man Kilo Sattel. 29,8. Ne? Wieso lecken? Was ist jetzt schon hier los? Also, ok, verstehe. Was ist jetzt raus hier, Mensch? Na, das ist ein Idiot. Und da. Vielleicht findet man ja auch noch einen neuen Spino. Nur einen Spino. Wär auch geil. Wenn ich nur einen Spino finden würde, der mir gefallen würde und der gleich so Level 41 ist, ne? Wär auch nicht schlecht. Ne? Naja, ist ja nicht schlecht, wenn du mal kurz durchs Wasser willst, oder so. Wär auch nicht. Wär auch nicht. Oder wo da unten ist. Kötzel, bist du hier irgendwo? O-O-O-O-O. Ich guck erstmal über unsere alten Basis nach, ob da ein Quetzel ist, in der Richtung so. Dann gucke ich gleich mal nach, ob ein Giganotto da ist. Ah, ein lila Strahl. Nächster. Gut. Nix gut, nix röd. Oh, ein gelber Strahl sogar. Dann fliege ich mal schnell hin. Ich glaube, dass das lange genug da bleibt. Und du bist immer auf der Fleischreiseinsel? Ah, guckst du mir mal nach, was draußen gespawnt ist, richtig? Du bist grad wieder in der Höhle drin. Noch nicht? Ah, okay. Genau, dann würde ich ankommen bei diesem Scheiß, ey. So, ich denke mal, Agentavis wird Schrott sein. Aber wir sind hier an die Agentavis gespawnt. Ach, die kommen hier doch nie Agentavis hin. Zumindest nicht auf dieser Seite. Neu zumindest. Na ja, toll. Nix besonderes hier, kann man weiterfliegen. Ja, ich gucke jetzt erstmal nach hier. Wegen... ...Quetzel. Der schlimm, wenn ich endlich mal einen finden würde, der mir gefällt. Also jetzt nicht der mir gefällt, sondern, ne, du weißt, was ich meine. Idiot. Man sollte sich umtaufen zu Idiot. Hm. 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 Krass. Kein Quetzel hier? Das wundert mich jetzt. Soll irgendwo ein Quetzel sein? Ist doch einer der Lieblingsspawnpunkte der Quetzels. Der kann auch dort sein. Haben wir auch schon erlebt. Und... Ach komm, Quetzel, erscheine endlich mal. Mal gucken, ob da oben vielleicht ein Giganoto ist. Aber eigentlich müsste er schon längst erschienen sein. Was ist denn sonst? Wo weit unten nach? Äh... Kein Giganoto. Was hast du denn jetzt gemacht? Runtergesprungen oder was? Was hast du denn jetzt gemacht? Runtergesprungen oder was? Ja. Aber... Äh... Ich würde jetzt erstmal hier, äh... nach dem Zeug suchen, ne? Nutzt also die Artefakte auch als Deko, ne? Hm. Du bist ein Irrer. Aber irgendwie schon klar, dass das ist, was ich dachte. Verdammt, ey. Quetzel, wo bist du? Du... Das ist ein Agentar, ist aber kein Kötzel. Wer wird 10 Armee, willst du mich verarschen? Hm. Hm. Da sind auch keine Quetzel. Na super, willst du mich verarschen? Na, auch nicht besser. Komm schon, Quetzel. Ja, Scheine. Äh... Da hast du hier schon welche umgebracht. Guck mal, wie ist denn hier kein Quetzel? In dieser Richtung müsste irgendwo ein Quetzel sein noch. Hm. Sehr, sehr komisch. Geh gleich mal Zeitenbasis nochmal hin. Wer ich auf dem Weg dann keine finde, dann... Keine Ahnung. Ah, kann der behalten, Mensch. Insekten kann ich auch kreuzweise... Hm. Gottverdammt, ey. Wieso ist hier kein Quetzel, ey? Na, Getaves. 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 Sind wir wohl da vor kurzem erst getötet oder? Keine Ahnung. Wie kommen wir im Stream? Oh Gott. Quetzel. Neues Quetzel. Erscheine. Bitte. Danke. Ah. Alle anderen haben hier so ein Schweineglück und ich hab hier so ein Schweinepecher. Der ist doch nicht normal hier. Ich glaub dann geh jetzt mal Richtung Sumpf. Guck da mal nach, ob da noch ein Quetzel ist. Wenn da auch ganz ist dann... Naja. Gibt's ja nicht viele Orte, wo es spawnen kann. Es waren ja glaub ich nur drei, ne? Ja, ich weiß auch nicht alle. Ich kann mich nur an zwei erinnern, wo sie waren. Es war ja auch noch nicht in derirdischen Post. Guck da. Guck da. Okay. Hmm.